Moin! Wir sind heute fast alle Medienschaffende, ob wir wollen oder nicht eigentlich. Immer wenn wir irgendwas im Internet tun, wenn wir irgendwas irgendwo posten, wenn wir was auf Mastodon tun oder auf Twitter, Facebook, in eigenen Blog, wenn wir irgendwo ein Bild bearbeiten, wenn wir irgendwo Musik reintun in irgendein Video. Nahezu jede Sache, wenn du einen Flyer designst, wenn du dir überlegst, welche Bilder du in deinem Vortrag tun möchtest, in jedem Fall interagierst du eigentlich mit anderen Werken. Und Werke werden von anderen Urhebern gemacht. Und die Frage, die sich dabei immer so ein bisschen stellt, ist, darf ich das jetzt? Ist das eigentlich erlaubt, was ich da gerade mache? Und das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Und ich dachte immer, die einfache Lösung für dieses Problem ist Gemeinfreiheit. Und dann muss man nur noch grob verstehen, wie Gemeinfreiheit irgendwie passiert. Das sind bestimmt auch nicht so viele verschiedene Regeln. Und dann kann ich extrem genau abschätzen, ob ich irgendwie eine Sache benutzen darf oder nicht. Und gegebenenfalls darf ich mehr Sachen benutzen, aber da bin ich schon mal safe. Und das ist irgendwie so ein Thema, das fand ich spannend. Und da dachte ich, ich habe jetzt irgendwie was gefunden, wie ich mir das Leben einfach machen kann. Ist auch ein Thema, mit dem ich schon eine Weile irgendwie immer mal wieder so ein bisschen was zu tun habe. Hier habe ich irgendwie gelegentlich mal so Vorträge gehalten über den Public Domain Day. Und über diese gesamte Zeit habe ich mich immer mal wieder intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und dieser Vortrag ist sozusagen die Sammlung des dabei entstehenden Wissens. Denn ganz so einfach ist es leider alles nicht. Ziel des Vortrags sind zwei Sachen. Das erste ist ein grundlegendes Verständnis zu etablieren für Urheberrecht und die angrenzenden sogenannten Immaterialgüterrechte in Deutschland. Das ist sozusagen, was ich verstehen wollte, damit da irgendwie, damit ich weiß, wovon ich da überhaupt rede, worüber ich da nachdenke. Und dann irgendwie verschiedene Prozedere, um einschätzen zu können, ob ich ein Werk jetzt nutzen darf oder nicht. Es gibt auch einiges, worum es nicht gehen wird. Es wird nicht gehen um freie Lizenzen. Die sind bestimmt super wichtig und interessant. Irgendwie die CC0 oder es gibt diese Do-What-The-Fuck-You-Want-Public-License. Das ist alles schön. Kann man bestimmt tolle Vorträge zu halten. Ist nicht dieser hier. Es wird auch nicht gehen um irgendwie dieses ganze Thema Walt Disney und wie das auf Copyright in den USA irgendwie Einfluss hat. Das ist, das eigentliche Walt Disney-Thema ist auch gar nicht interessant, aber das interessante Thema dahinter ist durchaus, wie Unternehmen Einfluss auf Gesetzgebung haben können. Aber machen wir hier auch nicht. Es wird auch nicht gehen um internationales Urheberrecht oder um Public Domain. Das ist auch furchtbar wichtig, wenn man im Internet Dinge tut, weil man es meistens auf US-Plattformen tut. Und US-Plattformen sich primär darum scheren, was US-Recht ist. Aber es ist kompliziert und ich wollte mich in erster Linie jetzt damit beschäftigen, wie Recht hier theoretisch auszulegen wäre. Und ich werde auch keine Alternativvorschläge machen, wie man bitte ein gutes Urheberrecht designen sollte oder was auch immer. Da habe ich überhaupt keine Expertise für. Und mein Problem war ja auch gar nicht, oder das, womit ich losgelaufen bin, ist ja auch gar nicht, dass ich ein gutes Urheberrecht möchte. Ich möchte wissen, was das ist, was wir da gerade haben. Ich möchte verstehen, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe keine Vorschläge. Wichtigste Folie der ganzen Angelegenheit ist die Ich-Bin-Kein-Jurist-Folie. Ich erzähle jetzt relativ viel, wie Dinge, glaube ich, funktionieren und wie man Werke benutzen darf und wann man das darf und so weiter. Und ich habe versucht, mir das aus Jura-Vorlesungen, die man im Internet finden kann und allen möglichen herauszukratzen. Juristen gehen dieses Problem grundsätzlich andersrum an. Bei denen ist nämlich das Ding immer, ein Urheber kommt zu denen und sagt, hallo, ich habe ein Werk geschaffen. Jemand macht damit Dinge im Internet, ich will dem das verbieten. Und dann bist du als Jurist praktisch mit der Frage beauftragt, okay, ist das, was der tut, denn verboten? Kann ich meinem Klienten da irgendwie bei helfen? Das ist so das Standardszenario, weil wenn niemand zu einem Jurist kommt, um irgendwie Hilfe zu brauchen, weil irgendein Rechtsverletzungsgedöns vorliegt, dann haben die auch nichts zu tun. Da gibt es natürlich auch Juristen, die bei Wikimedia arbeiten oder sowas, aber das Standardszenario ist ungefähr dieses. Und das hilft mir nicht, das heißt, ich musste immer so ein bisschen anders denken, als die Jura-Vorlesung mir das vorliegt. Das zweite große Problem, wenn man versucht zu verstehen, wie das ist, ist, das Internet ist voller Falschinformationen. Hauptsächlich, weil sie sich alle auf US-Recht beziehen und dann so tun, als gilt das hier und das stimmt einfach nicht. Aber auch zum Beispiel, weil Lobby-Organisationen einfach irgendwelchen Quatschen, irgendwelche Pamphlete schreiben, die bei genauerer Betrachtung ganz offensichtlich einfach falsch sind. Das heißt, ich habe versucht herauszufinden, wo ich bitte nicht drauf reinfallen sollte. Vielleicht bin ich es trotzdem. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Auch im Kontext dieser Folie vielleicht nicht unwichtig. 99 Prozent aller Fragen, die ich zu ähnlichen Vorträgen gehört habe, sind, wir bauen mal ein Szenario auf. Wie wäre da die Rechtslage? Und die Antwort darauf kann ich auch jetzt schon geben. Ich habe keinen Plan. Wir werden uns im Laufe dieses Vortrags tatsächliche Urteile angucken. Dinge, die ausgehandelt wurden, bei denen jetzt klar ist, wie die Rechtslage zumindest sein kann. Wir haben ja kein Präzedenzrecht. Aber für irgendwelche ausgedachten Szenarien ist die Antwort realistischerweise auch von den meisten Juristen wahrscheinlich. Weiß man nicht. Will man ein Urteil abwarten müssen. So, das sind so die ganzen, dazu kann ich nichts sagen, Teile. Dann kommen wir mal zur Agenda. Wir wollen zuerst herausfinden, warum es überhaupt Urheberrecht gibt. Und das ist nämlich ganz spannend, weil dieser ganze Vortrag ja so ein bisschen Urheberrecht als Hürde ansieht. Ich möchte Dinge benutzen, ich darf Dinge vielleicht nicht benutzen. Urheberrecht ist irgendwie das, was mir im Weg ist. Und dann könnte man natürlich den Gedanken haben, ja, weil das Urheberrecht halt schlecht ist, schaffen wir Urheberrecht ab oder so. Urheberrecht ist eine böse Sache. Und mir hat es sehr geholfen, über die Entstehung von Urheberrecht nachzudenken, um zu verstehen, warum Urheberrecht an und für sich vielleicht nicht die falscheste Sache ist. Vielleicht wollen wir das tatsächlich haben. Wenn wir das verstanden haben, wollen wir vielleicht kurz klären, warum dann Gemeinfreiheit passiert. Dann gucken wir uns das deutsche Urheberrecht im Konkreten an. Wie funktioniert das? Wer ist dieser Urheber? Was ist überhaupt so ein Werk? Und dann kommen wir, das ist praktisch der erste Teil, diese drei Punkte. Der zweite Teil sind dann die Beispiele. Wir gucken uns konkret an, wie das schon schiefgegangen ist, zu versuchen, mit gemeinfreien Werken zu interagieren. Und man hat trotzdem Stress mit Gerichten bekommen. Und dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Dieses Immaterialgüterrechte in Deutschland sieht laut Wikipedia ungefähr so aus. Das ist ein sehr schönes Bild. Das muss in jeden Vortrag rein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Immaterialgüterrechte sind Rechte an etwas, was nur ausgedacht ist. Die sind geistiges Eigentum. Das ist so der große Begriff, den man hier über ein großes Ding davon sieht. Eigentum ist nach dem Grundgesetz, das ist Paragraf 14, geschützt. Und das gilt sowohl für physikalisches als auch geistiges Eigentum. Das macht keinen Unterschied. Wir reden hier also über einen der ersten 19 Artikel, also über ein Grundrecht. Das heißt, das ist ein Grundrecht, dass du Eigentumsrechte an deinen Gedanken oder dem, was aus deinen Gedanken herausgekommen ist, an diesen Immaterialgütern hast. Das heißt, jegliche Einschränkung, über die wir nachher reden, weil wir wollen ja was benutzen, das jemand anderes gemacht hat potenziell. Jede Einschränkung, die uns das ermöglicht, es zu tun, ist also eine Einschränkung der Grundrechte dieser Person. Das heißt, man muss das sehr ernst nehmen, wann als Gesetzgeber man sagt, nee, hier, lieber Urheber, hast du kein Recht. Das darf man einfach. Das muss man immer bedenken, dass wenn der Gesetzgeber jemand anderem erlaubt, irgendwas mit irgendwas zu tun, was jemand anderes geschaffen hat, schränkt der seine Grundrechte ein. Es gibt noch so ein paar Bereiche, die relevant sind, wenn wir darüber reden, also offensichtlich primär das Urheberrecht. Wir reden aber zum Beispiel auch über Wettbewerbsrechte im Laufe des Vortrags. Wir reden über Lizenzrechte, wir reden auch noch hier über, weiß gar nicht, was ist dahinter, auf jeden Fall über verschiedene Rechtsbereiche und wir gehen uns auch noch mal ganz weit nach draußen. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die überhaupt nichts mit Immaterialgütern zu tun haben und uns trotzdem ganz furchtbar im Weg herumlaufen werden und uns das Leben schwer machen. Es gibt hier in der Mitte noch einen Blob von ganz vielen anderen Begriffen, irgendwie Patente, Marken und Namensrechte und was nicht alles. Das kann bestimmt auch furchtbar stören, ist aber heute nicht so relevant, wer sich damit beschäftigen möchte. Es gibt dieses YouTube-Video, das zwar eine US-Perspektive hat, aber ich fand, das hat das Aufdröseln dieser verschiedenen Begriffe ganz schön gemacht, falls jemand sich das anschauen möchte. Die Slides gibt es online, da kann man dann auf den Link klicken. Geschichte des Urheberrechts. Gemeinfrei sind natürlich Dinge genau dann, wenn sie der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, das heißt, wenn sie in keinster Weise durch irgendein solches Recht eingeschränkt sind. Und das waren am Anfang der Zeit, das hier ist eine Darstellung, das ist praktisch Gottes Hand, wie sie am Anfang die Welt erschafft. Das ist der Anfang der Zeit und am Anfang der Zeit ist alles gemeinfrei, weil wir haben einfach noch kein Urheberrecht in irgendeiner Form. Es gibt noch keinen Rechtsgegenstand, der das in irgendeiner Weise klärt. Und so ist das auch noch in der Antike, wo ja schon zum Beispiel irgendwie Bücher, also Leute schreiben Dinge auf, Leute erschaffen, was wir heute ein Werk nennen würden. Es gibt aber kein Urheberrecht. Und dass das Fehlen von einem solchen Schutz irgendwie Leute schon gestört hat, kann man tatsächlich nachvollziehen. Es gibt einen Dichter, der hieß Markus Valerius Martialis, der lebte von 40 nach Christus bis 103 nach Christus. Der hat Gedichte geschrieben und andere Leute haben die dann auch geschrieben und unter ihrem Namen weiterverteilt. Und das hat den einfach ganz furchtbar gestört. Also wir haben hier offensichtlich ein internes Bedürfnis, dass man sagt, das ist meins. Ich habe das geschaffen, ich möchte das unter meinem Namen vertrieben sehen. Auf seinen sich darüber beschweren in der Öffentlichkeit geht der Begriff Plagiat zurück. Also wir haben da zwar keinen Rechtsschutz, niemand kann was dagegen tun, aber wir merken bereits, dass Leute dieses Konzept von geistigem Eigentum irgendwie schon so ein bisschen haben. Irgendwas ist daran nicht in Ordnung für die. Mittelalter passiert und da ist immer noch nichts mit irgendwie Urheberrecht. Dafür passt. Und dann passiert etwas, was die ganze Sache enorm beschleunigt, nämlich der Buchdruck. Mit dem Buchdruck hast du plötzlich ein Problem. Und zwar kannst du Nachproduktion machen. Ein Kunstwerk ist nicht mehr plötzlich eine mit großem Aufwand einzeln geschaffene Angelegenheit, die es einmal gibt. Und jetzt muss jemand sich relativ viel Mühe machen, um das nochmal zu tun. Sondern das geht jetzt richtig fix. Martin Luther beschwert sich damals über solche Nachdrücke, dass seine Bücher so falsch und schändlich zugerichtet werden, dass er sie nicht wiedererkennen würde. Das heißt, die Nachproduktionen sind von geringer Qualität häufig. Und das ist für die Erstdrucker ein Riesenproblem. Weil du musst irgendwie mit so einem Autor, der wahrscheinlich handschriftlich irgendwie seinen Kram macht, rausfinden, wie du das setzen möchtest. Du musst diese Dinger das erste Mal selber setzen. Du musst die ganzen Fehler, die dabei entstehen, irgendwie ausmerzen. Du musst den Autor bezahlen. Du musst all das tun. Und danach kann jemand relativ banal den Nachdruck anfertigen und das Ding für viel günstiger rausballern. Das heißt, wir haben hier einfach ein wirtschaftliches Problem. Es ist für die Drucker schwierig wirtschaftlich damit umzugehen, dass es diese Nachdrucke gibt. Also wenden die sich an die Obrigkeit und sagen, wir brauchen irgendeine Art von Schutz. Das geht so nicht. Und die, zumindest gewisse Obrigkeiten, reagieren darauf und vergeben sogenannte Privilegien in dem Herrschaftsgebiet. Diese Privilegien werden nicht den Autoren, sondern den Druckern gegeben und gewähren denen ein zeitlich begrenztes Privileg, ausschließlich dieses Werk zu publizieren. Und das ist sozusagen das Erste, was man mit einem Verwertungsrecht vergleichen könnte, dass also diese Leute jetzt eigentlich die einzigen sind, die das dürfen. Es gibt natürlich augenblicklich Raubkopien, aber immerhin gibt es jetzt sozusagen die Möglichkeit, die in irgendeiner Weise zu verfolgen. Und im Grunde genommen kann theoretisch ein Drucker also sagen, das ist für die nächsten N Jahre ein Buch, das nur ich verticke und damit kann ich ein bisschen Geld machen. Aber genau, noch kein Urheberrecht in dem Sinne, dass es für die Person ist, die das Werk tatsächlich geschaffen hat, sondern für den, der es wirtschaftlich verwertet. Auf die Idee mit einer Art Urheberrecht kommt man ein bisschen später, es ist Renaissance und belegt ist zum Beispiel ganz spezifisch, dass Albrecht Dürer, spezifisch er, nicht einfach alle Künstler, sondern er als spezifische Person von dem jeweiligen Fürst oder so, eine Art Urheberrecht an der Rechtevergabe seiner Werke bekommen hat. Und auch erstmalig, dass es an die Nachfahren, in dem Fall Dürers Witwe, erstmal übergegangen ist, dieses Recht der Verwertung. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie um die Renaissance herum, kommt die Idee auf, dieses Recht vielleicht nicht den wirtschaftlichen Verwertern zu geben, sondern denjenigen, die das Werk tatsächlich geschaffen haben und auch ihren Nachfahren oder den Hinterbliebenen. Das Ganze wird dann langfristig irgendwann in Recht gegossen, im 18. Jahrhundert. In den Vorlesungen, die man so findet und in manchen Texten, gibt es so zwei Erzählungen, die, ich glaube, das ist eine stark vereinfachte Darstellung. Ich finde sie trotzdem von der gedanklichen Herangehensweise ganz interessant. von einer Seite einer angloamerikanischen Art an die Sache heranzugehen, zu sprechen, das andere eher von der französischen Art, die angloamerikanische wäre, wir haben jetzt all diese Kunst und diese Bücher und Fotos noch nicht, aber wir haben Dinge, die sind irgendwie Kunst und Werke und die sind verwertbar. Du kannst die verkaufen, du kannst damit einen Markt machen. Und du möchtest praktisch, dass es mehr davon gibt, weil dann hast du mehr Kommerz. Und das heißt, es muss ein Job sein, der irgendwie sich lohnt. Du musst dir vorstellen können, als Job Künstler zu sein oder Schriftsteller zu sein und davon deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Also schaffen wir einfach ein Recht, dass du ein gewisses Exklusivitätsrecht hast an diesen Sachen, die du schaffst. Und wenn du das hast, dann kann man sich das als Job vorstellen. Dann ist das nicht, wie um alles in der Welt mache ich denn damit Geld, sondern es gibt eine klare Regel. Da du exklusive Rechte an deinem Kram hast, gibt es einen Weg, wie du damit Geld machen kannst. Und das schaffen wir als Recht, damit generieren wir mehr Produkte. Die humanistischere Herangehensweise, die dir als französische praktisch in dieser Erzählung dann aufkommt, ist, Künstler werden Künstlern. Du wirst die nicht abhalten können. Die werden machen. Wenn sie dann verhungern, dann werden sie verhungern. Aber die sind so gemacht, du wirst es nicht ändern können. Wir wollen aber nicht, dass Leute verhungern. Also geben wir ihnen diese Rechte, damit sie irgendwas haben, womit sie Geld machen können. Weil sie sowieso Kunst machen werden. Und dann geht es ihnen immerhin nicht schlecht. Beides führt im Großen und Ganzen zu derselben Lösung. Nämlich, dass du sagst, es gibt gewisse Rechte, die geben wir euch. Für eine gewisse Zeit zumindest. Damit ihr mit diesem Werk, mit der Idee, die ihr irgendwie umgesetzt habt, in irgendwas Physikalisches arbeiten könnt. Oder durch die Weitergabe davon eben euch das Geld zukommt. Das wird in nationales Recht umgesetzt. Auch in Preußen dann irgendwie 1832 zum Beispiel. Autoren erhalten ein ausschließliches Vervielfältigungsrecht. Dass sie dann zum Beispiel an einen Verlag abtreten können. Das ist eine der ersten Regelungen, die in Preußen gemacht wird. Das ist alles nationales Recht. Das heißt, wenn in Preußen irgendein Buch geschützt ist, dann wird es halt in der Schweiz gedruckt. Und ist dann weiterhin billig erhältlich. Das heißt, das Ganze funktioniert irgendwie so mittelgut. Und also tun sich zehn Länder 1886 zusammen. Deutschland ist dabei, Frankreich ist dabei, Großbritannien ist dabei. In der sogenannten Berner Übereinkunft. In der sie praktisch ein gemeinsames Grundurheberrecht etablieren. Das für alle Geld gilt. Eine gewisse Spielregeln-Gleichung. Damit das Problem nicht mehr besteht, dass alle überall hinlaufen und so weiter. 1908 wird das nochmal revidiert. Revidierte Berner Übereinkunft ist im Grunde genommen vom Konzept her immer noch der Grundstein für modernes Urheberrecht. Praktisch auf der ganzen Welt. Und damit machen wir jetzt im Grunde genommen den Sprung von der geschichtlichen Situation zur Ist-Situation. Ich werde jetzt ein bisschen erklären, was in der Berner Übereinkunft ist. Das ist aber alles auch Stuff, der heute im deutschen Urheberrecht drin ist. Das heißt, ich erkläre es nachher dann einfach nicht nochmal. Geht davon aus, dass das alles auch dort gilt. Erstmalig überlegt man sich, was eigentlich alles ein Werk sein kann, was so unter den Schutz fallen kann. Eben nicht nur Bücher und Bilder. Man kommt zum Beispiel auf die Idee, dass Architektur dabei sein könnte. Filme und Fotos werden später hinzugefügt. Das heißt, wir haben jetzt Werkgattungen von Dingen, die es geben kann, die du schützen kannst. Die Staaten innerhalb dieser Berner Übereinkunft verpflichten sich, dass die Werke aus anderen Staaten in ihrem Urheberrecht mindestens gleichgestellt werden zu den eigenen Werken. Und üblicherweise auch genau gleichgestellt. Ich wüsste jetzt von keinem Fall, wo du sagst, mehr Schutz für Werke aus anderen Ländern. Es darf keine formelle Registrierungspflicht in Ländern der Berner Übereinkunft geben. Das heißt, ein urheberrechtlicher Schutz für ein Werk entsteht durch das Entstehen des Werkes selbst. Damit ist es geschützt. Du musst nirgendwo hinlaufen und es Trademark oder Copyright registrieren oder sonst irgendwas. Das ist einfach implizit klar. Das ist eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Und inzwischen geregelt, wer online veröffentlicht, veröffentlicht gleichzeitig in allen Ländern der Berner Union. Wenn man es nicht online veröffentlicht, wird alles furchtbar kompliziert. Das tangiert uns aber nicht. Wir haben sehr viel mit Internet zu tun und so. Das ignorieren wir einfach alles komplett. Die unterzeichnete Länder sind diese Karte hier inzwischen. Das sind relativ viele, weil das inzwischen einfach für die WTO so eine Art Grundbedingung ist. Wenn du in der WTO sein möchtest, bist du auch Mitglied dieser Vereinigung. Das heißt, wir haben es hier mit wenigen Ländern zu tun, die halt grundsätzlich im Welthandel nicht so richtig mitspielen wollen. Ansonsten machen das alle inzwischen auch die USA, die früher zum Beispiel diesen Copyright-Eintrag hatte. Deswegen können relativ moderne Werke in den USA der Public Domain sein und hier trotzdem nicht gemeinfrei. Es gibt eine kürzeste Schutzfrist von 50 Jahren. Genau, 50 Jahre nach dem Tod eines Urhebers. In Deutschland gelten die 70 Jahre, aber du musst als Mitgliedsland mindestens 50 Jahre haben. Damit sind wir im 20. Jahrhundert. Und Urheber haben folgende Rechte. Sie können bestimmen, ob ein Werk übersetzt wird. Sie können die Adaption, das Arrangement, die Darbietung bestimmen über die Ausstrahlung in Medien, sofern das das Werk hergibt, das Recht, Reproduktionen anzufertigen und die Grundlage für Werke in einem anderen Medium obliegt ihn auch. All das gilt in all diesen Ländern und es gilt auch hier. Urheber haben weitere Rechte, ist lange Liste. Aber das sind Sachen, die man sich relativ gut vorstellen kann, was es so gut bedeutet. Auch schon in der Übereinkunft drin sind Ausnahmen für die Lehre. Die Erlaubnis von Ausnahmen für die Lehre. Du musst keine haben. Wir haben. Und es ist eine regelmäßige, grundlegende Überarbeitung angestrebt. Es wurde hier und da mal was ergänzt, aber so eine richtige, grundlegende Überarbeitung ist meiner Meinung nach das letzte Mal 79 passiert. In Deutschland oder beziehungsweise in der Weimarer Republik passiert dann irgendwie das Kunsturhebergesetz. Das ist insofern wichtig, weil es das Recht am eigenen Bild etabliert, das bis heute gilt. Das ist zwar selbst erst mal kein Urheberrecht, aber da häufig Menschen abgebildet werden, clasht es gerne mal mit dem Urheberrecht, ist also richtig zu wissen, dass wir das haben und dass wir es seit der Weimarer Republik haben. Seit, ich meine, den 60ern haben wir dann das Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte. Das ist, was man meint, wenn man Urheberrechtsgesetz sagt. Das ist ein bisschen anstrengend, weil es nämlich, wie man an dem Titel erkennt, deutlich mehr hat als Urheberrechtsgesetze, nämlich auch die verwandten Schutzrechte. Das Gesetz besteht aus drei Teilen. Der erste Teil sind die Urheberrechte, die anderen zwei Teile nicht. Abkürzung ist trotzdem ein Urheberrechtsgesetz. Und eines der wichtigsten Sachen darin wird gleich ganz früh am Anfang definiert, nämlich, ich habe den Begriff jetzt schon mehrfach in den Mund genommen, Werk. Was ist überhaupt so ein Werk? Das mussten wir nochmal sicherheitshalber definieren. Und hier haben wir eine Non-Exhaustive-List. Tatsächlich ist nur ein Werk, was im Gesetz als Werk definiert wird, aber es werden in den nachfolgenden Artikeln hier und da nochmal Werke nachgeschoben. Zum Beispiel Datenbanken sind, also, oder Sammelwerke. Datenbanken sind ein Werk. Aber was wir hier so sehen, also wir haben Sprachwerke, Schriftwerke, Reden, Computerprogramme, Musik, Tanzkunst, Lichtbildwerke, einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden. Wir kommen darauf und haufenweise andere Dinge. Und sehr, sehr wichtig, dann auch noch der zweite Teil der Werke im Sinne dieses Gesetzes, sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Damit werden wir uns gleich noch beschäftigen. Das sind jetzt also haufenweise Dinge, die es so gibt. Und jetzt könnte man sagen, jetzt sind die also alle geschützt. Alles, was irgendwas davon ist, ist auf jeden Fall geschützt. So ist es nicht, denn wir haben diesen zweiten Satz und der definiert implizit den Werkcharakter von etwas. Das heißt, eine Sache, die ein Foto ist oder ein Stück Text, ein String, kann entweder ein Werk sein oder nicht. Und diese Differenzierung muss man jetzt machen können. Da hat glücklicherweise das deutsche Recht durch sehr viele Übungen eine Art Test entwickelt und der besteht aus vier unverknüpften Kriterien. Das heißt, eine Sache muss alle diese vier Kriterien erfüllen, um ein Werk zu sein. Und das sind folgende. Das erste ist die wahrnehmbare Formgestaltung. Der Gegenbegriff dazu ist die geistige Vorstellung oder der Gedankensplitter. Das heißt, um etwas schützenswert zu machen, musst du es in irgendeiner Weise in eine Form bringen. Aufschreiben ist eine gute Methode, aber auf eine Festplatte packen reicht auch. Du musst im Grunde genommen irgendwie physikalisch die Welt außerhalb der Neuronen in deinem Gehirn verändern. Dann ist es gegebenenfalls ein Werk. Zweitens, eine persönliche Schöpfung. Persönlich heißt jetzt hier nicht, dass es irgendwie aus dem tiefsten Inneren mit dir selbst zu tun haben muss, sondern dass eine Person beteiligt war. Affen, die ein Foto machen, machen kein Werk, weil keine Person beteiligt ist. Computer, die Dinge tun, machen kein Werk, weil keine Person beteiligt ist. Muss eine menschliche aktuell noch, mal gucken, ob wir langfristig den Begriff erweitern, aber halt aktuell muss eine menschliche Person beteiligt sein, die muss das tun. Wenn die das nicht tut, ist das kein Werk. Gefundene Dinge sind deswegen auch kein Werk. Also wer eine Dose findet und in ein Museum stellt, kann das tun, aber es ist kein Werk. Wenn eine Dose irgendwie von Andy Warhol nochmal gemalt wird, Werk. Aber einfach finden reicht nicht. Keine Person beteiligt bei der Entstehung der Sache. Geistiger Gehalt. Jetzt wird es schwieriger. Die ersten beiden sind relativ klar. Normalerweise kann man sehr klar sagen, ob die ersten beiden Kriterien erfüllt sind oder nicht. Jetzt wird es komplizierter. Der geistige Gehalt ist mal definiert worden in einem Artikel, in einem Urteil 1963, als ein Werk ist auf Kommunikation im weitesten Sinne angelegt. Zum Beispiel nicht betrifft dies Hilfsmittel zur geistigen Arbeit, zum Beispiel einen Rechenschieber. Im weitesten Sinne auf Kommunikation angelegt heißt, du willst irgendwas vermitteln. Du willst irgendwas, es muss nichts Komplexes sein, es muss nichts Interessantes sein, aber du musst irgendwas vermitteln wollen. Es ist nicht nur einfach dafür da, um eine Aufgabe zu erfüllen oder sowas. Weiß ich nicht, diese Flasche zum Beispiel, um mal was zu trinken, während ich die ganze Zeit rede, ist vermutlich nicht schützenswert. Da will mir niemand was sagen. Das Logo vielleicht. Ziemlich sicher. Und das letzte Kriterium ist die Individualität. Das ist ein wichtiger Kernbegriff. Die Individualität heißt nicht, dass der Schaffende besonders ein Individuum sein muss, sondern dass das Werk besonders individuell sein muss. Das heißt, du hast ja irgendwie, du befindest dich ja in irgendeiner Werkgattung, du machst irgendwas und da gibt es andere Sachen und du musst dich in irgendeiner Form davon abheben können. Zum Beispiel nicht individuell ist ein Telefonbuch. Du listest die Namen aller Leute an einem Ort auf, alphabetisch. Es gibt nicht wirklich, also ob du einen Bindestrich oder einen Komma zwischen Namen und Telefonnummer tust, ist ungefähr der Gestaltungsspielraum, den du hast. Da ist nicht viel los. Also du musst, so ist die Definition, dich von der Masse der alltäglichen, handwerksmäßigen oder banalen Dinge durch die Individualität des Werkes abheben. Wichtig ist hier, die Ausdrucksform, also wie du dich abhebst, begründet den Schutz. Nicht, ob das Sinn ergibt. Das ist alles egal. Es ist haufenweise Sachen sind egal. Es ist völlig egal, ob deine Idee besonders neuartig ist oder ob du sie nur auf irgendwas anderes anwendest. Es ist auch völlig egal, ob die Qualität stimmt. Es kann völlig minderwertig sein, wenn die vier Kriterien passen, passt es. Der Aufwand, den du hast, ist egal. Die Kosten, die du hast, sind egal. Ob es geschäftsfähig ist, ist völlig egal. Ob es sittenwidrig ist, ist völlig egal. Die Permanentheit ist egal. Eisskulpturen können Werke sein. Ob du es veröffentlichst, ist völlig egal. Du kannst es bei dir zu Hause aufmalen, in die Ecke tun, niemandem zeigen, wo überrecht besteht, wenn es denn ein Werk ist. Und der Markterfolg oder die Anerkennung für die ganze Sache ist auch völlig egal. Alles, was du brauchst, sind diese vier Kriterien. Dann ein Werk. Die sind alle ein bisschen subjektiv. Das heißt, es gibt offensichtlich Sachen, die auf dem Grenzbereich zwischen Werk und Nicht-Werk wohnen. Aber in vielen Fällen wird man relativ klar sagen können, all das ist gegeben, Werkcharakter vorhanden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn wir das grob können, haben wir schon mal einen der absoluten Kernbegriffe vom Urheberrecht zusammen. Wir können jetzt rausfinden, was überhaupt eine Sache ist, die dieses Urheberrecht schützen möchte. Wer macht sowas? Der Urheber macht sowas. Das steht in § 7 und in § 8 definieren wir sicherheitshalber nochmal, dass es ja vorkommt, dass mehrere Leute an irgendeiner Sache gearbeitet haben. Dann, wenn wir das nicht auseinanderklamüsern können, wer da was gemacht hat, nennen wir sie Miturheber. Dann genießen sie alle gemeinsam das Urheberrecht. Das macht es sicherlich komplett einfach, über Dinge zu reden. Die haben jetzt weitreichende Persönlichkeits- und Verwertungsrechte. Die Persönlichkeitsrechte sind diese Urheberrechte, erster Teil des Gesetzes. Die Verwertungsrechte sind Teil 2 und 3 des Gesetzes. Das ist mehr so eine Randnotiz, aber ich finde sie sehr, sehr spannend. Und ganz kurz gehen wir in dem Kontext dann doch mal auf freie Lizenzen ein. Es gibt § 14, das ist noch Teil der Urheber, also der Persönlichkeitsrechte. Du kannst die nicht abtreten. Das ist wichtig. Persönlichkeitsrechte kannst du niemals abtreten. Die sind für immer deine und dann deiner Nachfahren, aber du kannst sie nicht verkaufen. Die übst immer nur du aus. Teil dieser Urheberrechte ist die Verhinderung von Entstellung eines Werkes. Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten, geistigen oder persönlichen Interesse am Werk zu gefährden. Dieses Recht bleibt immer bei dir, egal ob du das Werk unter CC0 gestellt hast oder nicht. Das heißt, es gibt technisch immer die Option, dass ein CC0-Werk trotzdem vom Urheber noch als nicht verwendbar praktisch durch ein Gerichtsurteil oder so ist. Das finde ich einen sehr spannenden Teil des Urheberrechts. Deswegen dachte ich mir, erwähne ich ihn mal kurz. Es ist auch sonst einiges Spannendes drin. Man kann sich das mal durchlesen. Jetzt hat dieser Urheber also alle diese Rechte, wir hatten vorhin mal so ein bisschen angefangen, Liste zu machen. Wer übersetzt das und wer macht damit was und wer verwertet es in irgendeiner Form, wer fotografiert das, keine Ahnung, all das darf der entscheiden. Und wir haben uns geguckt, was ein Werk ist und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dann ist es relativ schwer, irgendwas zu finden, was kein Werk ist. Es sind schon sehr viele Dinge im Werk. Gerade wenn wir sagen, dass zum Beispiel auch Architektur ja darunter fällt und so, unglaublich viele Werke in der Gegend. Das heißt, damit alles irgendwie funktioniert, musste man diese Rechte, die er jetzt ja hat, irgendwie ein bisschen einschränken. Und deswegen gibt es Schranken des Urheberrechts. Und hier kommen wir wieder zurück auf dieses mentale Framework, dass für uns das Urheberrecht die Schranke ist, wenn wir was benutzen wollen. Aber für den Gesetzgeber, der eingesteht, dass dieses Recht an dem geistigen Eigentum ein Grundrecht ist, ist natürlich alles, was die Nutzung ermöglicht, eine Schranke. Das ist immer ein bisschen ein komisches Ding, finde ich, aber so ist das. Genau, was haben wir hier so? Die Zitierfreiheit ist eine Einschränkung. Leute dürfen Dinge zitieren, da braucht keiner gefragt werden. Das können sie einfach tun. Sie müssen das richtig tun, aber sie können das einfach tun. Niemand muss es ihnen erlauben. Es gibt Ausnahmen für die Lehre und Kirchen. Das ermöglicht ja zum Beispiel auch die Berner Beeinkunft. Es gibt diese sogenannte Panoramafreiheit zu Werken an öffentlichen Plätzen. Da kommen wir nachher auch noch mal im Detail drauf. Es gibt, sehr spannend, die freie Benutzung. Freie Benutzung nach Paragraf 24 ist, wenn du inspiriert wirst oder so von einer Sache und was machst, was klar sich darauf irgendwie, du verweist schon recht offensichtlich auf ein anderes Werk, aber du hast was Neues geschaffen. Es ist nicht die Sache, du hast sie nur geistig benutzt. Das darfst du. Die Frage, ab wann du vielleicht einfach nur was abgemalt hast oder so, ist halt eine spannende. Vervielfältigungsbezug für Befugnis für Privatgebrauch gibt es. Es gibt die Kunstfreiheit. Das heißt, wenn du Kunst machst, kann es sein, dass es völlig legitim ist, in die Eigentumsrechte anderer Leute einzugreifen und deine Kunst zu machen. Das kann vorkommen. Denn auch die Kunstfreiheit ist Paragraf 5 Grundgesetz. Auch dies ist ein Grundrecht. Und dann claschen die beiden Grundrechte halt. Und dann muss ein Gericht entscheiden, was da passiert. Wir kommen nachher auf einen sehr schönen Fall, wo genau das vorkommt. Dann gibt es das Recht auf Kurzberichterstattung für audiovisuelle Mediendienste, irgendwie, dass es damit in den Nachrichten und so Dinge vorkommen können und niemand kann das verbieten. Recht auf Sampling. Grundsätzlich ein Recht, das es wohl gibt. Wie genau das funktioniert, ein bisschen unklar. Dann gibt es noch weitere Dinge, die sind technisch keine Schranken des Urheberrechts, weil das Urheberrecht selbst schon sagt, dass in diesen Fällen kein Urheberrecht gilt. Das heißt, das kann nicht eingeschränkt werden. Aber sie verhalten sich effektiv genauso. Also du hast eine Sache, die üblicherweise eigentlich alle Werkkriterien erfüllt, aber es gibt keinen urheberrechtlichen Schutz in diesem Fall. Amtliche Werke, nach Paragraf 5, das sind halt Gesetze, Mitteilungen, Leitsätze, Verordnungen, ich meine auch Gerichtsurteile, genießen keinen Urheberrechtsschutz. Obwohl sie, wenn man darüber nachdenkt, hat der Mensch natürlich aufgeschrieben. Er ist ein Mensch. Er hat sich da Gedanken gemacht. Also alles ist erfüllt. Kein Schutz. Und die wichtigste Einschränkung, die auch technisch keine Schranke ist, ist diese Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Ende des Jahres, nachdem der Urheber gestorben ist. Das ist wie normalerweise etwas gemeinfrei, außer es ist ein amtliches Werk. So, jetzt haben wir also grob bestanden, wann wir doch eine Sache benutzen dürfen. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die sind überhaupt kein Eingriffen mit in das Urheberrecht. Das zählt nicht als Eingriff auf deine Rechte als Werkinhaber, nämlich die Freiheit des Werkgenusses. Jeder darf Dinge angucken, wenn er sie angucken kann. Und die Mitteilung über den Inhalt eines Werkes. Wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast, darfst du natürlich nicht einfach ein Buch lesen und es dann in ein YouTube-Video reden. Aber die grundsätzliche Mitteilung über den Inhalt eines Werkes, das du aufgrund der Freiheit deines Werkgenusses genießen durftest, kann dir keiner nehmen. Das generiert auch eine Sicherheit für Reviews oder so. Was keine Sache ist, ist Fair Use. Es gibt in Deutschland kein Fair Use. Fair Use ist keine Sache, die wir haben. Wer verstehen will, wie Fair Use dort funktioniert, wo es gehabt wird, kann das Tom Scott-Video dazu gucken. Das ist gut, aber ist für unseren Talk hier komplett egal. Jetzt haben wir also Schranken kennengelernt. Also Menschen haben ein Recht auf den Stuff, den sie erschaffen haben. Dann gibt es Schranken, damit andere Leute damit irgendwas tun können. Und weil Deutschland ist, gibt es Schranken-Schranken. Und die heißen auch einfach so. Eine Schranken-Schranke ist zum Beispiel, wir hatten vorhin die Kopie für den Privatgebrauch. Nicht bei Umgehung eines wirksamen Kopierschutzes. Die Entstellung des Werkes, Paragraf 14, ist eine Schranke, die wir haben. Obwohl du vielleicht irgendwas mit dem Werk machen darfst, darfst du es nicht, wenn das zieht. Private Kopien müssen vom Original erfolgen. Es gibt ein Änderungsverbot. Wenn du zum Beispiel zitierst aufgrund deiner Zitierfreiheit, darfst du nicht einfach das Zitat ändern. Das ist verboten. Quellenangaben, genau. Also wenn die fehlt, diese Sache musst du jetzt tun. Du darfst zitieren, aber du musst auch die Quellenangabe machen. Und in gewissen Umständen hast du vielleicht Rechte, mit einem Werk zu interagieren, aber du musst den Werkeinhaber vergüten dafür. Auch das ist dann eine Schranken-Schranke. Du kannst einfach machen, was du willst. Du musst das Geld damit bezahlen. Aber eventuell musst du nicht fragen. Das sind also alles Dinge, die das Urheberrecht regelt oder manchmal auch andere Rechte. Wir hatten vorhin kurz mal ein bisschen das Grundgesetz und so. Es gibt noch unglaublich viele weitere Beteiligte an diesem ganzen Konglomerat von Problemen, die man haben kann, wenn man mit Werken interagiert. Genau, Grundgesetz hatten wir gerade schon. Dann gibt es hier verschiedene Sachen, die in Teil 2 und 3 vorkommen. Wir haben aber auch einfach das BGB, das Eigentumsrecht regelt zum Beispiel. Wir haben Verlagsgesetz, Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht. Ich hatte vorhin ja das große Bild. Hier sind sie nochmal. Das sind einige der Player. Wir kommen auf ein paar Beispiele dann im zweiten Teil des Vortrags. Jetzt machen wir eine kurze Pause, falls jemand sich ein Getränk holen möchte. Der nächste Teil des Vortrags habe ich Werkschau genannt, weil wir gucken uns jetzt primär Werke an und dann passiert irgendwie was mit denen. Und wir gucken uns an, warum das entweder gut oder schlecht ist. Es gibt dieses Ablaufdiagramm ungefähr so, findet man das auch in Jura-Vorlesungen. Allerdings ist es wiederum natürlich von der anderen Seite betrachtet. Also ich bin rechte Inhaber, jemand macht da Dinge mit meinem Werk. Wir kommen da ein bisschen anders dran. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Wenn wir also jetzt irgendwas haben und wir haben ein Bild oder wir haben ein Stück Musik oder wir haben ein Haus gesehen, das wir hübsch finden und wollen das fotografieren, dann stellen wir uns jetzt die Frage, dürfen wir das? Weil wir jetzt genau verstehen wollen, was wir dürfen und was nicht. Und dann können wir diese Spielchen spielen. Und das erste Ding, was wir uns fragen müssen, ist, haben wir es überhaupt mit einem Werk zu tun? Also mit einem Schutzgegenstand? Ist das Urheberrecht überhaupt involviert? Und das haben wir ja gerade gelernt. Das sind diese vier hier. Das heißt, wir gucken uns jetzt irgendwie kurz an, ob wir da irgendwie der Meinung sind, dass da, also wenn wir es uns angucken können, haben wir die erste Frage schon mal beantwortet. Ja, ob da ein Mensch involviert war, kriegen wir auch noch hin. Und dann schätzen wir nochmal groß ab, ob da irgendwie, die anderen beiden zusammen kann man so ein bisschen diese Schöpfungshöhe nennen. Und dann denken wir da so ein bisschen drüber nach und kommen zu einer Erkenntnis. Wenn wir sagen, nein, müssen wir uns die unterste Frage trotzdem nochmal stellen. Aber um das Ding durchzuspielen, sagen wir ja. Dann muss ich mir die Frage stellen, greife ich jetzt in die Urheberrechte ein? Wenn ich zum Beispiel einfach das Haus nur angucken möchte, haben wir die Freiheit des Werkgenusses. Ich greife nicht in das Urheberrecht ein. Aber in den meisten Fällen ist die Antwort vermutlich ja, sonst würden wir uns die Frage sowieso nicht stellen. Und jetzt haben wir ein Problem, das der durchschnittliche Jurist nicht hat. Wir wissen vielleicht nicht, wer der Urheber ist. Das ist aber für die Folgefrage gegebenenfalls wichtig. Das heißt, diese Frage müssen wir jetzt irgendwie klären. Denn wir müssen rausfinden, gibt es Einschränkungen des Urheberrechts, die es mir erlauben? Und da könnte ja eine Einschränkung sein, der ist halt schon lange genug tot. Dafür müssen wir aber wissen, wer da vielleicht schon lange genug tot ist. Wir müssen auch wissen, was man überhaupt tun möchte mit der Sache, weil es ja, wie wir gelernt haben, hoffenweise Dinge wie Zitieren gibt, die wir sowieso tun dürften. Das heißt, da wäre es uns dann vielleicht auch egal. Und wenn wir auch das mit Ja beantwortet haben, wir dürfen das grundsätzlich vom Urheberrecht aus, dann müssen wir uns noch die Frage stellen, gibt es vielleicht irgendein anderes Recht? Lizenzrecht, wirkerliches Gesetzbuch, Medienstaatsvertrag. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich das trotzdem nicht darf? Das ist das Spielchen, das wir im Grunde genommen jedes Mal spielen müssten, wenn wir irgendwas tun im Internet oder da draußen in der echten Welt, das mit Werken interagiert. Das ist offensichtlich, wie jeder das tut. Heute machen wir das aber mal und wir üben das jetzt mal. Und wir fangen an mit Baukunst. Das ist nämlich ein Werk, mit dem man überraschend häufig interagiert. Was ist Baukunst so? Wir haben das vorhin gesehen, das ist auch im Paragraf 2 da, in dem das die meisten Werke definiert, angesiedelt. Und die Schöpfungshöhe hier, das ist mehr so eine etablierte Sache in der Rechtsprechung, gilt als relativ hoch. Der Grund dafür ist, dass man nicht möchte, dass jedes Reihenhaus plötzlich irgendein Werk ist. Das macht die Welt anstrengend. Schutzfrist ist wie immer 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Und es gibt haufenweise andere Rechtsbereiche, die man beachten muss, wenn man sich da so bewegt. Und wir üben das mal an einem Beispiel, das Beispiel Hauptbahnhof. Was sehen wir hier? Wir sehen zwei Werke auf einmal. Und das eine davon ist ein Lichtbildwerk. Und das erinnern wir uns aus Paragraf 2 Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes. Es ist schützenswert. Und zwar ist dies ein Lichtbildwerk von Ansgar Kureng. Und er hat dies unter der dort stehenden Lizenz, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich es kurz für den Effekt nicht drin hatte, unter der Lizenz CC by 3.0 auf Wikipedia hochgeladen. Und unter diesen Bedingungen der Lizenz kann ich das hier hinschreiben. Und damit habe ich dieses Bild jetzt lizenziert und darf dieses Werk verwenden. Ich habe das Verwertungsrecht erworben. Ansgar Kureng bleibt der Urheber. Das zweite Werk, das wir sehen, ist der Berliner Hauptbahnhof. Und das Erstellen und Hochladen eines Fotos des Berliner Hauptbahnhofs auf Wikipedia ist offensichtlich eine Verwertung des Gebäudes. Das ist jetzt also die Frage, hat Ansgar Kureng in die Rechte des Urhebers eingegriffen und darf der das überhaupt? Und da kommen wir also zurück zu dieser Sache hier. Handelt es sich um einen Schutzgegenstand? So, und dann können wir jetzt gucken, ja, man kann den Bahnhof sehen. Ich habe jetzt übrigens mal, damit ich nicht jedes Mal da diese Sache, gibt es jetzt einen vereinfachten Bahnhof, den ich selber gemalt habe, damit ich mir jetzt gerne Probleme mache. So, also man kann diesen Bahnhof sehen. Er ist also irgendwie geschaffen worden. Er ist ein wahrnehmbares Werk. Es sind irgendwie Architekten involviert gewesen, sich zu überlegen, wie dieser Bahnhof funktioniert. Sonst wäre er ja wahrscheinlich irgendwie zusammengefallen. Wir können also schwer davon ausgehen, dass das irgendwie Menschen gewesen sind. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Ich tue die mal zusammen. Haben wir irgendwie geistigen Gehalt und Individualität? Der Bahnhof sieht nicht aus wie alle Bahnhöfe, würde ich behaupten. Der ist schon ein individueller Bahnhof. Jemand erkennt den Berliner Bahnhof wieder. Und einen geistigen Gehalt. Will man damit was kommunizieren? Da würde ich jetzt sagen, wenn man mit Architektur überhaupt irgendwie was kommunizieren kann, irgendwie wo ist vorne, wo ist hinten und so weiter, dann ist das hier wohl auch gegeben. Das Gute ist, dass wir die Frage uns auch nicht wirklich stellen müssen. Denn es gab tatsächlich einfach ein Gerichtsurteil, in dem die Frage gestellt wurde, ob der Berliner Bahnhof ein urheberrechtlich zu schützendes Werk ist. Denn die Deutsche Bahn als Bauherr hat beim Bau Dinge verändert und der Architekt wollte dagegen vorgehen. Und dies ist auch gelungen. Und in diesem Kontext hat ein Gericht feststellen dürfen, ja, es ist ein Werk. Also, es handelt sich um einen Schutzgegenstand. Greife ich in die Urheberrechte ein und wer ist überhaupt dieser Urheber? Wenn ich ein Foto mache, dann greife ich immer in die Rechte des Urhebers ein. Das ist eine Verwertung. Und genau, wer ist eigentlich dieser Urheber? Das ist der Architekt Meinhard von Gerken in diesem Fall. Der lebt noch. Und wenn ich also ein solches Foto davon mache und das auf Wikipedia tue, dann könnte jetzt Meinhard von Gerken also sagen, hey, da wird mein Werk verwertet. Was soll denn das? Mach das mal bitte nicht. Und dann muss man das löschen oder so. Außer natürlich, vielleicht gibt es ja eine Einschränkung, mit der ich das einfach darf, was ich tun möchte. Und es gibt tatsächlich eine und Wikipedia hat einen extra kleinen Infokasten, um uns darüber zu informieren, dass die hier greift. Und der sieht so aus. Und worauf wir hier uns zurückfallen lassen, ist diese Panoramafreiheit, von der wir vorhin geredet haben. Ansgar hat das einfach von der öffentlichen Straße aus gemacht. Wer das kennt, das ist da vor so einem Koffieladen. Und da kann jeder hin. Das ist der öffentliche Weg, gehört nicht irgendwie der Bahn. Oder das ist irgendwie Privatgrund. Und deswegen kann er da sich einfach hinstellen, ein Foto machen. Und dieses Foto von diesem Werk ist dann über eine Schranke praktisch geschützt. Wichtiger Hinweis ist, wenn ich das mit einer Drohne mache zum Beispiel oder mit einer Leiter, ist das keine Panoramafreiheit mehr. Panoramafreiheit greift genau dann, wenn ich da einfach random auf der Straße stehen kann, mit der normalen Körperhöhe, die ich halt so habe. Und auch nicht mit irgendwelchen, sondern mit einer krassen Telelinse oder sonst was. Normale Sachen. Was genau normal ist, findet dann ein Gericht raus. Also, Ansgar darf das, weil Panoramafreiheit. Gibt es irgendetwas, was ihm das doch verbieten könnte? Gibt es eine Schrankenschranke? Das ist die schwierige und ein bisschen fiese Frage, weil man so richtig natürlich sich niemals sicher sein kann. Also wenn man sie mit Ja beantworten kann, ist man fertig. Wenn man sie nicht mit Ja beantworten kann, weiß man natürlich nicht, ob man was übersehen hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass es noch keinen guten Grund gab, das Ding offline zu nehmen, wenn es ist online. Also behaupten wir jetzt einfach mal, nein, es gibt wahrscheinlich keinen guten Grund, warum er das nicht könnte. Wahrscheinlich darf dieses Foto einfach auf Wikipedia sein. Dies ist jetzt ein etwas mittelmäßiges Beispiel, denn der Bahnhof ist recht jung. Das heißt, wir haben es hier auch nicht mit einem gemeinfreien Werk zu tun. Sonst wäre die Frage mit der Panoramafreiheit auch einfach über die Alte des Gebäudes beantwortbar. Hätte man darüber beantworten können. Und das ist ja eigentlich, worum es in den Vortrag gehen soll. Es soll um gemeinfreie Werke gehen, aber ich fand, dieses Beispiel war ganz gut, um zu demonstrieren, wie man dieses Spiel im Detail spielen kann. Wir machen es auch in dieser Ausführlichkeit nicht nochmal. Wir gucken uns jetzt verschiedene Fälle an, die in Gerichten größtenteils ausdiskutiert wurden. Und das erste heißt Schlösser und Gärten. Das hier ist die Villa von Haidt und sie ist der Hauptsitz oder so der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Und sie soll die Kulturgüter Preußens erhalten und pflegen. Das ist ihr Auftrag. Sie verwaltet um die 150 historische Bauten und rund 800 Hektar Gartenanlagen in Berlin und Brandenburg. Wahrscheinlich waren die meisten schon mal irgendwie Schloss Saint-Sauci oder so. Nach § 1 des Gesetzes, mit dem sie gegründet wurde, ist ihre Aufgabe, die ihr übergebenen Kulturgüter zu bewahren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die wissenschaftliche Auswertung dieses Kulturbesitzes zu ermöglichen. Das ist der Auftrag, den sie bekommen hat. Der Beklagte ist eine Fotoagentur, oder die Beklagte ist eine Fotoagentur, welche Fotos von diesen Gärten und Schlössern angefertigt hatte und diese zum Kauf angeboten hat. Das wollte die Stiftung jetzt unterbinden. Die Schlösser und Statuen, die hier fotografiert wurden, sind alle von Architekten und Künstlern, die seit mehr als 70 Jahren verstorben sind. Wir haben es also ausschließlich mit gemeinfreien Werken zu tun. Das Urheberrecht ist also auf der Seite der Agentur. Die darf das tun. An den Eingängen zum Park befinden sich aber so Schilder. Und das kann man jetzt hier auf diesem Bild nicht erkennen, aber auf diesem Schild steht Foto, Film und Fernsehaufnahmen zu gewerblichen Zwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stiftung. Also geht die ganze Sache vor Gericht. Das Landgericht hat erstmal dem Kläger, also der Stiftung preußischen Kulturbesitz, Recht gegeben. Das Oberlandgericht hat das kassiert und es landet beim Bundesgerichtshof. Und dieser hat letztendlich für die Stiftung entschieden und gesagt, das ausschließliche Recht zur Anfertigung und Verwertung von Fotografien von Bauwerken und Gartenanlagen steht dem Grundstückseigentümer zu, soweit diese Abbildungen von seinem Grundstück aus angefertigt worden sind. Sagt auch, ein öffentlich-rechtlicher Grundstückseigentümer kann öffentlich-rechtlich verpflichtet sein, die Anfertigung und Verwertung solcher Fotografien zu gestatten. Die Stiftung preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist nicht verpflichtet, dies zu tun. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, in einem solchen Stiftungsgesetz nicht nur zu sagen, fördert mal irgendwie Forschung. Man könnte auch sagen, Leute dürfen vielleicht öffentlich auf Public Domain gemeinfreie Dinge zugreifen und sie verwerten, wie auch immer sie möchten und bitte unterstützt das. Aber das steht nicht im Gesetz und deswegen müssen sie nicht und sie wollen nicht. Das ist ein guter Moment anzusprechen, dass es vielleicht für zukünftige Gesetze eine Option wäre, historisches Kulturgut so zugänglich wie irgend möglich zu machen. Wir kommen nachher noch auf ein kleines Beispiel, was passieren kann, wenn man Gesetzgebung in die Gegenrichtung spielt. Das ist ein bisschen dreckig. Grundlage für die ganze Sache ist das bürgerliche Gesetzbuch. Die Befugnisse eines Eigentumers, die hier gelten. Ausdrücklich hat das BGH in seinem Urteil darauf hingewiesen, dass es anders gewesen wäre, wenn die Fotos von öffentlichen Straßen gemacht worden wären. Und dabei ist es auch völlig unerheblich, ob die Parkanlagen an und für sich zugänglich wären, wenn du dich Panoramafreiheit auf öffentlichen Straßen befindest und sowas fotografierst. Dann geht das. Ob die Parkanlagen zugänglich sind oder nicht, entscheidet der Eigentümer. Das kann er jederzeit rückgängig machen, aber das da ginge. Spannend ist, man muss dringend unterscheiden, ob man sich auf öffentlich zugänglichem Privatgrund, hier gilt, was auch immer der Eigentümer sagt, oder öffentlichen Plätzen außerhalb der verwalteten Anlagen Panoramafreiheit befindet. Die Stiftung hat gesagt, es geht ihr nur um kommerzielle Sachen. Das ist auch, was das Schild am Eingang verbietet. Oder beziehungsweise, wo es notwendig ist, sich vorher mit der Stiftung in Verbindung zu setzen. Und private Aufnahmen, die für die private Nutzung gemacht werden, seien für sie völlig unproblematisch. Aber sie kann das Schild natürlich auch jederzeit ändern. Das Urheberrecht kennt hier keinen Unterschied. Ob du das Foto für dich privat machst oder nicht, ob du es danach irgendwo hinpostest oder nicht, mit der Entstehung hast du ein Foto gemacht. Damit ist eine Interaktion mit dem Werk. Das heißt, grundsätzlich ist dem Urheberrecht das alles völlig egal. Ähnlich, leicht andere Rechtsgrundlage. 1975 hat der Bundesgerichtshof auch noch entschieden, da ging es um Bilder vom Schloss Tegel, die nicht vermarktet werden dürften. Hier hatte der Verwalter, Eigentümer, was auch immer des Schlosses Tegel geklagt. Beklagt war eine Agentur, die Postkarten hergestellt hat. Fotos wieder auch vom Gelände des Schlosses. Das Schloss Tegel selbst macht auch Postkarten. Und fand sich hier in seinem Wettbewerbsrecht eingeschränkt. Und auch da hat es Recht bekommen. Das heißt, das geht nicht. Das heißt, nicht nur das Eigentumsrecht, sondern auch das Wettbewerbsrecht können einem hier in die Quere kommen. Also, Baukunst. Wenn du Fotos von Gebäuden machst, mach die nicht vom Eigentum aus, außer du darfst das. Weil sonst könnte das ein Problem mit dem Eigentumsvorbehalt sein und auch mit dem Wettbewerb. Panoramafreiheit nur bei den üblichen Perspektiven. Keine Drohnenfotos. Ja, falsche Richtung. Grundsätzlich fallen nur bleibende Installationen unter die Panoramafreiheit. Das heißt, Eisskulpturen oder zum Beispiel der eingehüllte Bundestag fallen nicht unter die Panoramafreiheit. Das ist völlig Lade, wo du stehst. Das Foto ist immer eine Urheberrechtsverletzung. Schöpfungshöhe ist ein schwieriges Thema. Es gibt so eine Legende, die man im Internet findet. Ich glaube auch auf Wikipedia von Toilettenhäusern an Autobahnen und ein Leipziger Gericht, das hier einen Werkcharakter festgestellt hätte. Wenn du dich auf die Suche nach der Quelle begibst, läufst du im Kreis. Ich kann das Urteil nicht finden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es ist absolut möglich, dass halt etwas, wo man denken würde, das ist irgendein Random House. Das ist auf jeden Fall nichts Besonderes, dass ein Gericht anders sieht. Die nächste Werkkategorie, die wir uns mal genauer angucken können, sind Bilder. Wenn wir Bilder meinen, dann meinen wir Gemälde, nicht Fotos. Grundlage ist wieder, ist eigentlich immer Paragraph 2. Schöpfungshöhe ist da irgendwie sehr unterschiedlich angesiedelt. Ist ein bisschen wild. Schutzfrist, 70 Jahre, klar. Und wir spielen im Grunde genommen dasselbe Spiel wie gerade eben. Das hier sind auch wieder zwei Werke offensichtlich. Irgendjemand hat dieses Foto gemacht und auf dem Foto ist dieses Tryptychon von Hieronymus Bosch. Und Hieronymus Bosch ist 1516 gestorben. Das heißt, wir können komfortabel sagen, das Ding ist gemeinfrei. Da kommt nichts mehr rein. Kann es also sein, dass das Foto von diesem Bild trotzdem ein Problem darstellt? Kann es sein, dass ich das nicht haben darf, nicht machen darf, nicht veröffentlichen darf, was auch immer? Und die Schranke ist hier wieder dieselbe. Kennt jeder aus irgendwelchen Museen. Irgendwelche No-Photography-Schilder. Kannst du einfach aufstellen. Und haben wir ein konkretes Beispiel, wo das passiert ist? Ja, das Beispiel heißt Reisengelhorn 2. Eins. Zwei kommt noch. Kläger sind also in unserem Beispiel die Reisengelhorn-Museen in Mannheim. Dies sind mehrere Museen und Forschungseinrichtungen. Die sind ein kommunaler Eigenbetrieb der Stadt. Also wir haben es wieder damit zu tun, dass die Stadt in dem Fall, nicht das Land, diese Dinger gegründet hat. Das heißt, sie gibt auch wieder vor, wie sie zu funktionieren haben. Was die tun ist, sie stellen solche Schilder auf. Der Besucher des Museums hatte von Kunstwerken Fotos angefertigt. Alle Kunstwerke waren von Künstlern, die länger als 70 Jahre verstorben waren. Diese Fotos hat der Besucher dann bei Wikipedia hochgeladen, wo sie nun für alle Welt verfügbar waren. Verschiedene E-Commerce-Anmieter haben daraufhin diese gemeinfreien Werke aus der Sammlung des Reisengelhorn-Museums genutzt, um damit T-Shirts, Teller, was auch immer anzubieten. Das Museum hat einen Museumsshop, findet das nicht so gut und möchte das also nicht haben und klagt daraufhin jetzt bei dem Fotografen und bei Wikimedia auf Unterlassung. Das Ganze geht auch wieder von Gericht zu Gericht zu Gericht, bis es beim Bundesgerichtshof landet, der sagt, fertigt ein Besucher unter Verstoß gegen das privatrechtliche Besichtigungsvertrag mittels allgemeiner Geschäftswerke und wirksam vereinbarte Fotografieverbot, das haben sie also vereinbart, Fotografien im Museum ausgestellter Werke an und macht er diese Fotografien in der Internet öffentlich zugänglich, kann der Museumsträger als Schadensersatz die Unterlassung der öffentlichen Zugänglichungsmachung in der Internet verlangen. Das heißt, die mussten die wieder aus Wikipedia rausnehmen. Auch hier natürlich wieder BGB, das ist halt deren Eigentum, die haben einen Vertrag ausgemacht, was auf ihrem Gelände erlaubt ist und was nicht und daran hat man sich zu halten, völlig unabhängig davon, ob die Bilder selbst urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. Das Museum hat sich da sehr gefreut, es ist somit geklärt, dass Museen alleine darüber entscheiden können, ob und wie ihre Exponate wirtschaftlich ausgewertet werden, das fanden die auch noch gut, mit der ganzen Idee, dass irgendwie in den Stiftungs- und in den Zwecken üblicherweise irgendwie das Ausweiten und Verbreiten von Wissen, was ja durchaus auch dadurch passieren kann, dass man sich was kaufen kann mit einer Sache drauf, kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung zu sein, wie man das umsetzt. Genau, Bilder. Bilder sind oft, weil das schon lange gemacht wird, gemeinfrei, aber sie hängen viel in Museen. Das heißt, immer die Bedingungen durchlesen, die existieren, wenn man das Museum betritt und was man da so darf. In den meisten Fällen werden wahrscheinlich private Fotografien auch hier nicht verfolgt, weil wen juckt es? Lichtbildwerke. Lichtbildwerke sind Werke, so sagt es, ich weiß nicht, ob das, doch, ich glaube tatsächlich, das war auch ein paar Jahre, mit strahlender Energie erzeugt werden, das ist die Definition. Es muss sich nicht um sichtbares Licht handeln, aber strahlende Energie ist wichtig. Und ja, Fotos gehören sicherlich zu den Medien, die man am häufigsten macht und sicherlich auch, mit denen man am häufigsten interagiert, also nicht ganz unwichtig. Das sind Lichtbild und ich habe da hier in Klammern das Wort Werke getan, da kommen wir gleich nochmal zu, warum das so ist. Die Schöpfungshöhe ist hier relativ niedrig, Schutzfrist wie immer 70 Jahre und es gibt einen extra Leistungsschutz von 50 Jahren nach Erschaffung des Werkes oder nee, Nacherschaffung, sehr wichtig, nicht des Werkes, weil wir müssen hier was unterscheiden. Es gibt Lichtbilder und es gibt Lichtbildwerke. Bei Lichtbildern gibt es keine Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod, es gibt nur den Schutz von 50 Jahren nach Erstellung. Bei Lichtbildwerken beides. Das hier ist zum Beispiel, würde ich behaupten, das ist ein Lichtbild, das ist ein Foto, das ich aus Versehen auf dem Berliner Hauptbahnhof von meinen Füßen gemacht habe. Wenn man sich überlegt, ob man den Werkcharakter finden kann, dann würde ich sagen, sind die unteren beiden Kriterien wahrscheinlich nicht erfüllt, weil ich kann nicht auf Kommunikation ausgelegt sein, wenn ich das nicht wollte und ich vermute auch, es unterscheidet sich nicht gravierend von den vielen anderen Fotos, die Leute aus Versehen mit den Handys von ihren Füßen machen. Das ist wahrscheinlich so, von der Breite des ausgestüpften Handlungsspielraums haben wir da wahrscheinlich einfach nicht viel mit wir arbeiten. Das heißt, hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein Lichtbild, kein Lichtbildwerk. Und ein Lichtbild hat immerhin noch 50 Jahre nach Entstehung Schutz. Das ist mir letztes Jahr passiert. Das heißt, dieses Bild ist noch für die nächsten 49 Jahre über das Urheberrecht geschützt. Das ist dringend notwendig. Nicht in dieser gesamten Bereich, Ecke Lichtbild, Lichtbildwerk ist alles, was jetzt irgendwie mit einer KI gebaut wird. Das ist überhaupt kein Lichtbild oder Lichtbildwerk, weil es nicht mit strahlender Energie erzeugt wird. Da sind wir vielleicht in der Ecke bei den Bildern, wenn wir die Frage diskutieren möchten, also bei den Gemälden oder so, ob das denn ein Werk sei oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall nicht in dieser Gattung spielen, auch wenn sie aussehen wie Fotos. Was gibt es so an Beispielen aus der Rechtsprechung? Reis Engelhorn 2. Da sind sie wieder. Die sind ein sehr sympathisches Museum. Es geht auch wieder um denselben Menschen, glaube ich, und um dasselbe Wikipedia. Was ist diesmal passiert? Und in diesem Beispiel ist sehr wichtig, wir kommen am Ende dazu. Die Rechtsprechung hat sich tatsächlich inzwischen geändert. Das war so 2017 oder so, glaube ich, dass das passiert ist und heute könnte das nicht mehr passieren. Manchmal wird es besser. Auf seltsame Art und Weise. Und gleichzeitig schlechter. Das Museum hat natürlich auch einen Museumskatalog. Dort sind diese ganzen Werke gut abfotografiert drin. Und dann hat sich jemand gedacht, ich glaube einfach derselbe Mensch, weil wenn ich das nicht fotografieren darf, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, dann scanne ich es halt aus dem Katalog raus. Das sind ja gemeinfreie Werke. Hat die also auf Wikipedia getan. So, jetzt waren die Fotos wieder auf Wikipedia. Das ist irgendwie nicht gut, das wollen die ja nicht, also haben sie wieder geklagt. Das Ganze geht auch wieder hoch. Ich weiß, das ist eventuell auch einfach dasselbe Urteil. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Pingpong-Spiel war. Und das BGH entscheidet, dass es sich mindestens um Lichtbilder handelt. Ich weiß nicht, ob sie auch Lichtbildwerke draus machen, aber sie haben gesagt, der Fotograf hätte hier Entscheidungen über die Reihe von gestalterischen Umständen, zum Beispiel den Standort, Entfernung, Blickwinkel, Belichtung und Ausschnitt der Aufnahme. Wir reden hier von reinen Reproduktionsaufnahmen. Es geht darum, um das Werk so originalgetreu wie möglich für den Katalog abzulichten. Aber natürlich musst du gewisse technische Entscheidungen treffen. Das heißt, du hast dir mindestens irgendwie, denke ich, es mit deinem Lichtbild zu tun. Also wenn aus Versehen meine Füße fotografieren wahrscheinlich ein Lichtbild ist, dann ist es das ziemlich sicher auch. Das heißt, wir haben 50 Jahre nach Entstehung und jetzt kann man sich überlegen, dass so ein Katalog in den nächsten 50 Jahren ja nicht besser wird. Das heißt, wenn man nach 49 Jahren einfach den neuen Katalog mit neuen Fotos macht und nach 49 Jahren kann es relativ langen Schutz aus so einem Kram rausholen. Das heißt, das ist nicht gut erstmal. Nicht alle Museen sind so seltsam. Es gibt haufenweise Museen, die einfach unter extrem freien Lizenzen die Fotos, die sie, die reinen Reproduktionsfotos, die sie erstellen, veröffentlichen, damit sie dann halt möglichst nutzbar sind. Aber nicht die. Und dann ist was Spannendes passiert vor ein paar Jahren. Ich glaube, 2021 hat die EU sich da gekümmert. Und zwar in dem Digital Single Market Act, für uns alle gut bekannt wegen seinen Uploadfiltern, hat die EU mandatiert, dass solche Reproduktionen von gemeinfreien visuellen Werken nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Und das ist inzwischen auch in deutsches Gesetz umgesetzt worden. Das ist jetzt Paragraf 68 im deutschen Urheberrechtsgesetz. Da steht jetzt einfach drin, dass für Werke, die visuelle Werke, die Reproduktionen von gemeinfreien Werken sind, Teil 2 und 3, also die, wo praktisch neue Schutzrechte entstehen könnten, im Urheberrechtsgesetz einfach nicht gelten. Teil 1 kann eh nicht gelten, das wären die Persönlichkeitsrechte, die Maler sind lange noch tot, 2 und 3 fallen jetzt auch raus. Das heißt, Reproduktionsfotos in irgendwelchen Katalogen oder so können jetzt nach freiem Gusto gescannt werden. Da kann keiner was tun. Die Website, die darüber informiert, ist museumsbund.de, die dann mitteilen, das ist jetzt so, da können wir jetzt nichts mehr machen. Ich hatte vorhin darüber geredet, dass es sehr wichtig ist, dass man, oder dass es wichtig wäre, wenn man irgendwie Stiftungen oder sowas gründet, vielleicht da möglichst liberal an dieses Thema heranzugehen, vielleicht sogar zu fördern, dass Werke genutzt werden können, so breit wie irgend möglich. Es gibt Länder, die sich entschieden haben, in diesem Kontext das Gegenteil zu tun. Das wäre Italien. Italien hat einfach mal beschlossen, dass wenn gemeinfreie Werke in ihren Museen hängen, dann ist es grundsätzlich nicht erlaubt, die zu nutzen, weil die in Museen halt das nicht, wollen sie nicht, keine Ahnung. Und dann haben sie beschlossen, was sie tun, ist Ravensburger verklagen, weil die halt so Puzzeln mit italienischen Bildern oder sowas hatten. Das hat nicht funktioniert. Ein Stuttgarter Gericht hat inzwischen erfolgreich entschieden, dass italienisches Recht in Deutschland nicht gilt. Aber das Puzzle kann in Italien jetzt nicht mehr angeboten werden, außer Ravensburger entscheidet sich, Lizenzgebühren zu zahlen. Und das gilt jetzt praktisch halt für den gesamten Kulturschatz, den staatliche italienische Museen haben. Das sind haufenweise sehr wichtige Sachen, weil es soll ja eine Zeit in der Renaissance gegeben haben, wo italienische Kunst nicht ganz unwichtig war. Das ist jetzt in Italien alles nicht mehr vernünftig nutzbar. Genau. Und das hier ist die neue 68, so klingt sie. Genau. Das Problem an diesem Artikel ist ein bisschen, dass das Wort visuelle Werke davor im gesamten Gesetz noch nicht vorgekommen ist. Das heißt, was ein visuelles Werk ist, ist völlig unklar. Gemälde, Fotos wahrscheinlich, Filme vielleicht, ist audiovisuell, vielleicht nur der visuelle Teil. Unklar. Wer sich über diese neue Gemeinfreiheit visueller Werke noch genauer informieren möchte, es gibt vom letzten Jahr, glaube ich, von den Chemnitzer Linux-Tagen einen sehr nice Vortrag, der viel von dem, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal sagt, aber dann noch mehr zu diesem spezifischen Thema. Es gibt Fotos ohne Urheber, nämlich Fotos, die Tiere machen. Das kommt gelegentlich vor und ist ganz fantastisch. Und Tom Scott hatte neulich irgendwann Videos, die Tiere machen. Auch das war sehr gut. In allen Fällen ist kein Urheberrecht involviert. Genau, hatte ich schon gesagt, KI macht keine Lichtbilder, vielleicht macht es Bilder, in jedem Fall macht es keinen Schutz. Genau, ein Foto mag gemeinfrei sein unter besonders seltenen Konstellationen, aber der abgebildete Mensch da drauf hat vielleicht noch Persönlichkeitsrechte. Die erläschen auch nicht sofort nach dem Tod. Das kann also sein, dass man da nochmal aufpassen muss. Dann gibt es Artikel 37 des Urheberrechtsgesetzes, der hat damit zu tun, dass du ja irgendwann diese ganzen EU-Rechte zusammenschieben musstest und es gab verschiedene Schutzfristen und so. Und da kann es passieren, dass Dinge, die sogar schon urheberrechtlich gemeinfrei waren, kurz wieder nicht gemeinfrei werden. das dürfte sich langsam auflösen. Aber wenn man es ganz kompliziert hat, kann das passieren. Und dann gibt es ein ganz wildes Ding beim Publizieren von unveröffentlichten alten Fotos. Wenn die schon gemeinfrei wären, entsteht ein 25-jähriger Schutz, der dem Veröffentlichenden zusteht, als Erstveröffentlicher, um einfach, um Archive zugänglich zu machen, um da eine gewisse, einen Grund zu geben, warum man das tun möchte, dass man da 25 Jahre dann exklusiv auf diese Fotos Rechte hat. Also auch da, wenn man jetzt alte Fotos im Internet findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass die in den letzten 25 Jahren vielleicht erst veröffentlicht wurden dort. Und dann kann man nicht damit einfach machen, was man möchte. Da muss man also aufpassen. Musik. Auch wieder Paragraph 2, Schöpfungshöhe niedrig, 70 Jahre nach Tod. Es gibt einen Leistungsschutz und der ist auch einfach mal 70 Jahre lang Herstellung des Tonträgers. Richtig lang. Die OG-Notation ist natürlich Notenblätter, wenn man über Musik nachdenkt. Auch da gilt für Texter und Komponisten ein Urheberrecht von 70 Jahren nach dem Tod, wie das halt immer so ist. Es gibt einen Leistungsschutz, der allerdings nicht entsteht, wenn man die Noten einfach nur abdruckt, sondern bei wissenschaftlichen Werken. Und es ist irgendwie, ich habe keine Ahnung von Noten, aber anscheinend, wenn du dir die Frage stellst, wie du so Noten anordnest und so, dann entsteht irgendwie relativ schnell sehr viel Wissenschaft oder so. Das ist irgendwie wichtig. Es gibt auch noch irgendwie sehr viel Urteil und Diskussionen darüber, was für ein Wettbewerbsrecht eigentlich entsteht, wenn du einen besonders guten Notensatz kannst oder so. Noten sind kompliziert. Noten sind wahrscheinlich für die meisten von uns nicht furchtbar wichtig. Kopieren für den Privatgebrauch bei Noten ist einfach verboten, außer du tust es per Hand. Und es gibt komplizierte Regeln für Archive. Will mich nicht weiter mit Notenblättern beschäftigen, lass uns zu Tonträgern übergehen. Dann mache ich jetzt mal ein Beispiel, das ist vielleicht anhand der Sachen, die ich erklärt habe, auch schon sehr offensichtlich, aber manchmal kriegen das Leute noch gewaltig durcheinander. Das hier ist Ada Jones und sie hat 1905 den Song I'm the only star that twinkles on Broadway aufgenommen. Und das war einer von sehr, sehr vielen Songs, die sie aufgenommen hat. Sie hat 1893 angefangen, Lieder zu veröffentlichen, erst auf Addison-Zylindern und dann war sie einer der frühen Stars der Tonträger-Geschichte. 1922 gestorben, das ist mehr als 70 Jahre her. Das reicht allerdings nicht, um zu wissen, was wir jetzt damit machen können, weil sie nämlich diese Songs nicht geschrieben hat. Geschrieben hat Andrew B. Sterling, der 1955 gestorben ist, einige dieser Songs, unter anderem den, den ich gerade erwähnt hatte. Und somit ist die Aufnahme eines Songs von 1905 von einer Sängerin, die 1922 gestorben ist, am 1. Januar 2026 gemeinfrei. Heißt das umgekehrt jetzt, dass wenn ein Komponist, zum Beispiel Mozart, lange genug tot ist, dass die Aufnahmen von Stücken von Mozart also jederzeit benutzt werden können? Auch nicht, weil ja, wie wir gesehen haben, ein Leistungsschutzrecht an Tonträgern entsteht von 70 Jahren. Das heißt, wer eine Mozart-Aufnahme macht, auch wenn er selbst Mozart nicht ist und die Sache nicht komponiert hat, hat trotzdem einen Leistungsschutz auf diesen Tonträger für 70 Jahre. Und da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem mit verwertbaren Tonaufnahmen, weil Tonaufnahmen bis 1953, was jetzt die 70 Jahre sind, also immer Ende des Jahres, sind größtenteils Crap. Es ist nicht viel guter Ton entstanden. So, die sind auch alle alt, das heißt, da ist gut was kaputt gegangen. Das heißt, unabhängig von dem Urheberrecht der Komponisten und der Texter und so weiter, haben wir einfach ein Problem mit der Herstellung von Tonträgern. Die wurden erst später wirklich gut. Das wird also langfristig, wird es praktisch gemeinfreies und nicht mehr durch ein Leistungsschutz gedeckeltes Audio geben, das man benutzen kann, frei. Aktuell ist das nicht der Fall. Das ist schlecht. Das ist, finde ich, eine Sache, die man sich bei Audio immer in Gedanken rufen kann, wenn es einigermaßen gut klingt, dann muss es wahrscheinlich eine freie Lizenz haben, sonst darf man es vermutlich nicht verwenden. Es gibt da verschiedenste Schütze, die entstehen, zum Beispiel des ausübenden Künstlers, also wer etwas performt, hat eine gewisse Dauereinrecht an dieser Sache. Konzert- und Theaterveranstalter haben ein Schutzrecht, Tonträgerhersteller haben ein Schutzrecht, Sendeunternehmen bekommen ein Schutzrecht, einige andere bekommen noch mehr. Die Dauern sind unterschiedlich, das geht so von 25 bis halt die vollen 70 Jahre für die Herstellung des Tonträgers. Aber das heißt, an einer relativ neuen Aufnahme, die vielleicht dann auch noch ausgestrahlt wurde, da sind richtig viele Leute beteiligt, die man gegebenenfalls fragen muss, bevor man da irgendwas mitmachen kann. Wahrscheinlich sind die alle vertreten durch irgendwelche Verwertungsgesellschaften, die das einfacher machen, aber in der Theorie ganz viele Köpfe. Was gibt es so für Ausnahmen? Kennt jeder, die Privatkopie. Da gibt es so, ich habe das sehr klein gemacht, weil das sind alles so Dinge, die mal in irgendeinem BGH-Urteil passiert sind, teilweise auch vor echt langer Zeit, wo siebenvervielfältigungen vielleicht noch richtig viel war. Ob diese sieben halten würde heute oder ob das jetzt weniger oder mehr wäre, völlig unklar. Aber grundsätzlich Recht auf Privatkopien. Kopien dürfen nicht verbreiten. Weitergabe von Kopien ist verboten, immer nur Originale. Und es gibt eine Zugänglichmachung für Schulen, die das Urheberrecht zu einem gewissen Grad aushebeln, kompliziert anscheinend. Ganz spannendes Thema, das ich nicht verstehe, ist das Recht auf Sampling. Sampling hat, da da viel geurteilt wurde, inzwischen auch mal ein Gericht definiert als Technik des elektronischen Kopierens von Audiofragmenten zur Schaffung eines neuen Werkes. Und das Urheberrecht hat ja diese freie Benutzung und das Zitatrecht könnte man hier vielleicht auch einfügen. Das EuGH hat tatsächlich auch in einem Grundsatzurteil, das sich auf diesen extrem bekannten Prozess Metall auf Metall, da geht das Kraftwerk gegen Moses Pelham, bezieht, anerkannt, dass es grundsätzlich ein Recht auf Sampling gibt, hat aber dann nicht verraten, ob es in diesem Fall eins ist. Das heißt, ich habe es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt. Vor vier Jahren war der Prozess immer noch nicht zu Ende und wir reden hier von, ich glaube, 97 oder so geht das los oder 2000 oder so. Das ist ein ewig laufender Prozess. Aber ja, es dürfte ein grundsätzliches Samplingrecht geben, vielleicht über die freie Benutzung, man weiß es nicht. Sampling ist deswegen besonders spannend, weil wir es hier nämlich mit dem Clash der beiden Grundrechte zu tun haben, weil jemand Kunst mit dem Eigentum von anderen macht. Das heißt, es clasht einfach Grundgesetz gegen Grundgesetz und die Frage ist jetzt so ein bisschen was wichtiger in diesem spezifischen Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat schon mal festgelegt, dass es grundsätzlich möglich wäre, dass sie das für okay halten. Sie haben aber auch wieder nicht verraten, ob es in diesem Fall so ist. Das machen die ja grundsätzlich nicht. Also diese Urteile sagen ja immer nur, wie funktioniert der Rechtsrahmen. Die sagen, nee, in diesem Fall habt ihr Recht und ist jetzt auch vorbei. Die schicken das dann zurück. Dann gibt es noch so ein bisschen Side Notes im Bereich musikalische Werke, was ich ganz spannend fand. Vor einer Weile gab es dieses enthaltsame YouTube-Video, wo sie gesagt haben, sie haben alle Melodien mal durch einen Computer erstellt und jetzt gibt es auch kein Copyright mehr, weil keiner mehr irgendeine Melodie erschaffen kann, die sie nicht schon geschaffen haben. Das ist natürlich Quatsch und wir sehen sogar gleich, drei von vier Kriterien werden in Deutschland für ein Werk nicht erfüllt. Damit ist die ganze Sache sowieso aus dem Urheberrecht raus. Aber cooler Start. Die zweite Sache, die ich mir überlegt habe, ist, das ist ein musikalisches Werk, oder? Das ist Schall, der aufgezeichnet wurde. Ich habe nichts, wohin ich damit möchte. Ich wollte die Diskussion nur mal in den Raum stellen, ob das eventuell auch in dieser Diskussion um Notenblätter und Platten irgendwie involviert sein muss. Fazit, Notenkopieren ist schwierig, Urheber sind die Komponisten und Texter, nicht die Sänger, außer sie sind die Komponisten und Texter. Sampling ist eine schwierige Angelegenheit. Aufführende und Sendende und tausend andere Beteiligte haben einen Leistungsschutz und dann gibt es Straßenmusiker und da wird alles nochmal ganz furchtbar kompliziert, weil du ja nicht nur mit dem urheberrechtlichen Werk, das die gegebenenfalls aufführen und deren Schutzrechte als aufführende, sondern auch mit deren Persönlichkeitsrechte, wenn du die in der Fußgängerzone filmst oder was zu tun hast. Das heißt, hier haben wir mit ganz vielen verschiedenen Dingen zu tun, die Sachen kompliziert machen. Sollte man vielleicht nicht tun, wenn man vorhat, das zu, also vielleicht schon, die wollen das ja auch, ist ja Werbung, aber man begibt sich da, glaube ich, auf Interessant, da hat man mit vielen Rechtsgebieten zu tun, wenn man das macht. US-Copyright und Musik, kann man sich dieses schöne Video zu angucken, sehr gut, sage ich nichts weiter zu. Wir haben, glaube ich, noch zwei Gattungen, dann sind wir durch. Ist auch schon ganz schön lang. Schriftwerke und Sprachwerke. Zeichen äußerlich erkennbarer gemachter Gedankenausdruck, der Ergebnis einer geistigen Schöpfung ist, hat das BGH mal gesagt. Das kann ein Excel-Sheet sein, wo irgendein BWLer oder ich als Finanzfuzzi irgendwie Zahlen zusammengetragen hat. Das kann eine Kunstsprache sein, das klassische Beispiel scheint, war der harte Dude da zu sein. Warum man das tut, ist völlig egal, man tut es, man schreibt irgendwas auf oder man sagt irgendwas und es wird aufgezeichnet, dann hat man ein solches Werk. Bücher, Texte, Lyrics, Software-Code, reden. Schöpfungshuhe ist sehr, sehr niedrig. Wir reden wieder von 70 Jahren nach dem Tod. Leistungsschutz ist ein viel diskutiertes Thema. Irgendwie kriegt da irgendwie Google Stress, weil irgendein Presse Leistungsschutz für irgendwelche Texte existiert oder so. Das heißt, das ist ein Minenfeld und das Recht ändert sich ständig. Das Beispiel, was man in diesem Kontext mal angucken kann, weil auf eine völlig neue und kreative Art versucht wird, gemeinfreie Werke nicht zugänglich zu machen, ist das Beispiel Glyphosat. Wir erinnern uns, es gibt das Bundesamt für Risikobewertung, eine bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes und die hatte einen Gutachten in Auftrag gegeben, in dem sie mal rausfinden wollten, ob dieses Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat eigentlich gefährlich ist oder nicht. Und jetzt könnte man ja fast meinen, wenn eine bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes ein Gutachten macht, dann handelt es sich um ein amtliches Werk. Das fand Frag den Staat auch, hat das Ganze angefragt und veröffentlicht und das Bundesamt für Risikobewertung fand das nicht und hat sich gedacht, die Art und Weise, wie wir da wegkommen, dass das veröffentlicht werden kann, ist, indem wir sagen, das Urheberrecht gilt sehr wohl. Da hat ja irgendjemand dieses Ding geschrieben und nicht jedes amtliche Werk ist ein amtliches Werk. Da gab es dann sehr viel hin und her. Da gab es eine Kampagne, wo dann sehr viele Leute das jeweils einzeln veröffentlicht haben. Das hat wunderbar funktioniert. Es gab, soweit ich weiß, auch ein Urteil und soweit ich mich erinnern kann, ist dieses hier ein amtliches Werk. Das heißt, man kann es jetzt ganz einfach so auch veröffentlichen. Da gab es aber, soweit ich weiß, auch schon anderslautende Urteile in anderen Fällen, wo man auch gedacht hätte, es müsste sich doch eigentlich um ein amtliches Werk handeln. Nicht immer ist das so. Das heißt, dieses Zensurüberrecht, dieser Begriff, der sich da jetzt etabliert hat, ist eine nette weitere Möglichkeit, wie man vielleicht Leute bei solchen amtlichen Werken erwischt, also wenn die Menschen noch leben oder noch nicht lange genug tot sind, dass man die Frage stellt, ob vielleicht es doch ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist und das dann ausurteilt. Beziehungsweise alleine schon Klage einreichen oder zu drohen, Klage einzureichen, mag ja für viele schon völlig ausreichend sein, um zu sagen, ja gut, dann halt nicht. Nicht jeder möchte, wie fragt den Staat, das alles durchklagen. Genau, also Fazit für Schriftwerke ist unter anderem Behörden und andere Institutionen, die öffentliche, amtliche Werke potenziell veröffentlichen könnten, nutzen hier gegebenenfalls das Urheberrecht als Zensurmittel. Ganz spannend, darauf gehe ich im Detail jetzt nicht ein, wer in Deutschland veröffentlicht, egal von wo, muss sich an deutsches Recht halten. Da gab es ein spannendes Urteil im Kontext vom Projekt Gutenberg. Die hatten Digitalbücher von Thomas Mann damals im Programm, der ist in den USA Public Domain, ist Deutschland damals noch nicht lange genug tot gewesen, jetzt wäre er es und dann musste Projekt Gutenberg deutsche IPs sperren. Grundsätzlich bedeutet das, dass auch alles, was auf YouTube existiert, sich an deutsches Urheberrecht halten müsste und der zum Beispiel in letzter Zeit viel diskutierte erste Mickey-Maus-Film ist in Deutschland nicht gemeinfrei. Es ist noch eine ganze Weile nicht, Walt Disney ist 1966 gestorben. Das heißt, eine Ausstrahlung auf YouTube in Deutschland wäre grundsätzlich, genauso wie die Verbreitung von Thomas Mann Büchern, eigentlich nicht möglich. Niemand wird gegen YouTube vorgehen, weil YouTube ist nicht Projekt Gutenberg, aber wenn du in Deutschland Dinge machst, musst du sie eigentlich nach deutschem Urheberrecht machen. Softwarecode ist ein urheberrechtliches Werk, kann man sich merken, wenn man da vor sich hinsitzt und für seinen Arbeitgeber tippelt, dass man die ganze Zeit Werke erschafft. Letzte Gattung, Sammelwerke, Datenbanken. Datenbankwerke sind nachgerutscht in Paragraf 4 des Urheberrechtes. Die Schöpfungshöhe ist überraschend niedrig. Das macht Probleme und wird, glaube ich, gerade im Kontext von AI und Zukunft noch eine ganze Menge Probleme machen. Schutzfrist ist 70 Jahre nach dem Tod des Datenbankerstellers und es gibt noch so eine Schutzfrist Datenbankerfinders, Werkstöpfers. Es gibt noch den Hersteller, der wird da irgendwie getrennt behandelt. Der hat eine 5-Jahre-Frist mit Möglichkeit einer Verlängerung. Die Differenzierung weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Unser Beispiel ist noch ganz undigital oder weitestgehend undigital und es geht um eine Gedichtesammlung. Der Kläger in diesem Fall ist ein Professor und der leitet das Projekt Klassiker-Wortschatz und der hat die Veröffentlichung der sogenannten Freiburger Anthologie durchgeführt innerhalb dieses Projektes. Das ist eine Sammlung von Gedichten aus der Zeit zwischen 1720 und 1933 und auf Grundlage dieser Anthologie wurde in diesem Projekt dann auch eine Liste von Gedichttiteln veröffentlicht mit der Überschrift die 1100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900 und die haben sie im Internet veröffentlicht. So, die Liste der Titel nicht die Gedichte selbst. Hätten sie im größten Teil können haben sie aber nicht. Dabei ist zum Beispiel auch dieses Gedicht von Lessing Lob der Faulheit Lessing ist 1781 gestorben. Das ist jetzt zum Beispiel ein gemeinfreies Gedicht das befindet sich in dieser Sammlung sie hätten es einfach veröffentlichen können ich kann es hier veröffentlichen jeder kann es überall veröffentlichen. unter anderem veröffentlicht hat es ein Verlag der am Jahr 2002 eine CD in den Handel gebracht hat mit dem Titel 1000 Gedichte die jeder haben muss. Ich habe leider meinen Prop vergessen ich habe diese CD gekauft ich habe die ich kann damit nichts machen sie ist für Windows 95 aber oder XP oder 98 irgendwie 2002 wahrscheinlich 98 aber auf jeden Fall ich habe es nicht ist völlig egal aber man kann die einfach immer noch kaufen die gibt es auf Ebay Versand war teurer als CD 856 der Gedichte auf diesen 1000 Gedichten die jeder haben muss sind aus der Liste der 1100 Gedichte die der Professor zusammengetragen hat für seine Anthologie daraufhin hat er die verklagt und die Uni Freiburg hat die auch verklagt und das Ganze ist wie eigentlich alle diese Sachen weil wir wollen ja so schön ausgeurteilte Dinge bis zum BGH und der BGH hat geurteilt es genügt dass die Auswahl oder Anordnung einer eigenen geistigen Schöpfung des Urheberes auf andere Kriterien insbesondere die Qualität oder der ästhetische Wert der Datenbank kommt es nicht an das Auswahlkriterium ist hier also das besonders Wichtige und das BGH hat geurteilt dass das Auswahlkriterium hier ähnlich genug war sodass die CD eigentlich vom Markt zu nehmen wäre wie gesagt man kann die immer noch kaufen und es bringt halt auch nichts eine bestimmte Gestaltungshöhe so heißt es es ist nicht erforderlich ein bescheidenes Maß an geistiger Leistung genügt es reicht aus dass die Sammlung in ihrer Struktur durch die Auswahl oder Anordnung des Inhalts der Datenbanks geschaffen worden ist so das Wichtige ist jetzt dass es nicht relevant ist für eine Urheberrechtsverletzung ob du tatsächlich Inhalte aus der Datenbank übernimmst sondern das zentrale Kriterium im Kontext von Sammelwerken Datenbanken ist das Kriterium nachdem die Auswahl getroffen wird denn wenn das Kriterium ähnlich ist dann wird die Sammlung ähnlich sein das Kriterium ist sozusagen der geistige Akt wonach wähle ich aus was in die Sammlung kommt versus was kommt nicht rein das ist die geistige Schöpfung die Datenbank passiert dann praktisch im Effekt dadurch in unserem Fall war zum Beispiel dass sie gesagt haben es reicht ein Gedicht wird mehrfach irgendwo in ihren Quellen genannt oder taucht er in bereits anderen Listen auf das war das Kriterium für die Freiburger Anthologie basically das ist sehr niedrig basically ist dieses Kriterium ja man kennt das halt und dann haben die anderen Gedichtbesammlungen gemacht mit ja nun Gedichte die man halt so kennt und hatten dann so eine 80% Überschneidung und jetzt haben wir schon ein Problem das heißt Sammeln von Stuff die andere Leute auch schon mal irgendwo zusammengesammelt haben kann einen relativ schnell in Probleme bringen auch wenn alle Dinge die man sammelt gemeinfrei sind ähnlich spannend hatte das neulich Frag den Staat hier keine größeren Details wer das im Detail haben möchte kann sich das Heimlichmanöver vom 37C3 angucken die haben die gemeinsamen Ministralblätter ins Internet getan das sind alles zweifelsfrei amtliche Werke aber die Sammlung aller dieser samtlichen amtlichen Werke da hatte ein Verlag jetzt schon war der Überzeugung dass er da vielleicht auch ein Recht drauf hat ähnlich sieht das übrigens auch aus mit der ganzen KI-Geschichte hier gibt es den untersten Punkt eine Sammlung von KI-generierten Bildern es gab da ein US-Urteil zu einem Comic-Buch aus KI-generierten Bildern eine Sammlung aus KI-generierten Bildern kann ein Werk sein auch wenn kein einziges dieser Werke der Bilder an und für sich ein Werk darstellt 15% ist mal wieder eine Zahl wo man dann so denkt da habe ich was woran ich mich halten kann aber das ist natürlich wieder irgendwo her und kann das nächste Mal anders aussehen wie das so ist mit Rechtsprechung also man kann geringe Mengen von Datenbanken gegebenenfalls zu irgendeinem Zweck übernehmen aber eben nicht die gesamten und insbesondere nicht zu ähnliche Auswahlkriterien die zu ähnlichen Datenbanken führen das wird glaube ich in den nächsten Jahren mit Data Mining und ähnlichen Themen nochmal ganz spannend Fazit wir haben es gleich geschafft es gibt in Deutschland weder Public Domain noch gibt es Fair Use das sind Begriffe die man kontinuierlich im Internet hören wird und die einem komplett egal sein können wenn man sich die Frage stellt darf ich das eigentlich in Deutschland bei Werken die unter CC0 oder anderen freien Lizenzen sind behalten die Erben und die Urheber trotzdem die Urheber Persönlichkeitsrechte bis zu 70 Jahre nach dem Tod neben dem Urheberrecht gibt es all diese anderen Sachen die einem Probleme machen können die wir diskutiert haben sowohl in den Immaterialgüterrechten als auch außerhalb davon und die können dann auch bei gemeinfreien Werken greifen und einem das Leben schwer machen und ja Leistungsschutz genau und das war's geht's